Es fängt an mit einer kleinen Sensibilisierungsübung. Ich wollte das einleiten mit auch Worten oder Zitaten, die ich eigentlich ganz gut finde und teile auch wichtig im Rahmen von Diversity. Und zwar gibt es ein Zitat, ich weiß nicht mehr, was die Größe genau gesagt hat, aber es lautet, Diversity is not about them, it's about us. Tatsächlich, es geht nicht um die anderen, die Migranten, Migrantinnen oder die schwulen Lesben, sondern es geht um eins selbst. Und wir alle haben etwas mit dem Thema Diversität zu tun und bilden auch eine gewisse Position ab in diesem diversen Feld, die da vielleicht auch gesellschaftlich verortet sind. Wie es meine Kollegin Handan auch als Slogan hat, ist, die Diversität beginnt in dir. Vielleicht eine kurze Frage davon. Ich würde dann starten mit einer kleinen Übung, die ist auch recht einfach. Also der Ablauf ist, es gibt Concept Diversity, wobei vielleicht starten wir damit, erst ein bisschen Input zu geben. Und dann gibt es die Übung und dann Handlungsperspektiven, Vorurteile, Mikrogression, die Misterminierung, Verhandlungsperspektiven und dann weiteres, eventuell eine weitere Übung oder auch der Auswertungsmethode, eine kleine. Ich sage was zu dem Konzept Diversity, woher das nochmal kommt, zu den Wurzeln und Früchte dieses Diversity-Einsatzes. Und wo dieser Begriff als erstes aufgetaucht ist, ist im Rahmen von sozialen Bewegungen, dass Menschen gesagt haben, dass die Verhältnisse, in denen sie leben, nicht tragbar sind oder auch unmöglich. Und sie auch ganz bestimmte Erfahrungen von Benachteiligung, Diskriminierung oder Mobilisierung machen. Ob es jetzt die Bürgerrechtsbewegung ist in den USA, Civil Rights, Black Power, die verschiedenen Frauenbewegungen, die es global gegeben hat, auch in Deutschland, in verschiedenen Wellen, da wird ja auch mal unterschieden. Oder die von LGBTI, Queer, also stehen für lesbisch, schwul, bi, trans, inter Personen oder selbstbestimmt von Menschen mit Behinderung. Und die Basis ist, Diversity als einen Begriff zu verwenden, der so ein Sammelbegriff ist für eine Gerechtigkeitsperspektive und eine Teilhabeperspektive in der Gesellschaft und ein Abbau von Diskriminierung und Barrieren, die dann verbunden sind. Das ist das Erste, was ich sage, als Verständnis, was auch mein Verständnis ist, da wirst du ja als ein Gerechtigkeitsfokussierter und inklusiver Menschenrechtsansatz, also alle Menschen einbeziehen zu wollen, unabhängig von ihrer Herkunft, Hauptfarbe, Sprache, Nationalität, Geschlecht, Sex und Identität, Religionszugehörigkeit, Alter, Beeinträchtigung, Punkt, Punkt, Punkt. Und tatsächlich hat es ja auch schon Früchte gegeben, diesbezüglich, wenn wir anfangen mit Frauen, dann wusste man, dass das Frauenwahlrecht auch erst erstritten werden. Und es gibt ja auch Länder, die haben das auch erst kürzlich gemacht, auch im europäischen Raum. In der Schweiz zum Beispiel hat es sehr lange gedauert, bis es das Frauenwahlrecht gegeben hat, was wir vielleicht auch nicht wissen und auch weiter Errungenschaften in Richtung auch Bürgerrecht und Teilhabe. Die zweite Wurzel ist eine ökonomische Wurzel. Da geht es um ökonomische Vorteile durch Wertschätzung von Vielfalt. Es war so, dass es mit den 90er Jahren in den USA im Rahmen dieser auch Unternehmensstrukturen, noch Großunternehmensstrukturen, eine Studie gab, die dargelegt hat, dass die Personen, die bislang in den Führungsriegen vertreten sind, das sind halt weiße, Hetero-Männer, dass die in Zukunft nicht mehr den Bedarf an Führungskräften abdecken können, sondern es nochmal eine ganz andere Diversität auch braucht und dass diese Diversität, die es auch nochmal braucht, auch tatsächlich tatsächlich auch Vorteile bringt. Erreichen von weiteren Zielgruppen, erweiterte Netzwerke, hin zu einem gewissen ökonomischen Profit, hin zu Kreativität in der Arbeitskraft, so Stichwort Human Resources, das ist in der Diversität Pumpepumpt und das ist eine zweite Perspektive, die besteht im Rahmen von Diversity als ein Aushaltsentwicklungsansatz zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und ökonomischer Vorteile. Es gibt vielleicht noch ein drittes Ableger davon, das was verbindet, also Diversity als ein Aushaltsentwicklungsansatz, der aber Richtung Teilhabe und Gerechtigkeit geht und Abbau von Diskriminierungsstrukturen. In dem Bereich bin ich auch unterwegs, das nennt sich dann diversitätsorientierte Aushaltsentwicklung. Dazu gibt es mittlerweile auch einige ganz gute Broschüren und auch Texte, die dazu geschrieben worden sind, die sagen, dass eine Einrichtung nochmal viel mehr ihren inneren Reichtum entfalten kann und auch einen Beitrag macht zu gerechten Strukturen, wenn sie sich Richtung Diversität auf den Weg macht. Ziel von Diversity, Reflexion, Wahrnehmung, Wertschätzung, Anerkennung von menschlicher Vielfältigkeit, wie zum Beispiel Alter, Herkunft, Geschlecht, Behinderung, Sexualität, Religion, vielleicht auch Familienstand, vielleicht auch soziale Herkunft oder Schicht, Schrägstrich vielleicht auch Klasse, in den unterschiedlichen Arbeits- und Lebenskontexten. Es gibt sowas wie das Diversity-Rat, das wird ganz gern verwendet, um ein bisschen mehr nochmal zu unterscheiden, was so Unterschiede sind bei Menschen und weswegen das mit uns allen was zu tun hat, weil wir alle haben eine Geschlechtszugehörigkeit, wir haben eine zugeschriebene Hauptfarbe oder vielleicht eine Hauptfarbe, die wir ja selbst auch nochmal sehen, eine ethische Herkunft, eine Sexualität, oder Orientierung, wir haben eine Religion oder eine Weltanschauung, oder vielleicht auch nicht, das ist vielleicht ein Teil der Weltanschauung. Und es gibt dann sowas wie Elternschaft, hier vielleicht noch in diesem Workshop sehr relevant, dann auch so die Sprache, Dialekt, Aussehen, Freizeitverhalten, Gewohnheiten, Schicht wird hier nochmal als Osterdimension gesehen, geografische Lage und weiteres. Und dann gibt es noch eine organisationale Dimension, das beinhaltet so Arbeitsinhalt, Arbeitsfeld, Arbeitsbereiche, Abteilung, Einheitgruppe, Seniorität meint, wie lange auch schon in der jeweiligen Einrichtung gearbeitet wird, sind es in 20 oder 30 Jahren, dadurch einen gewissen, auch Erfahrungsschatz und Wissensschatz zu haben. Eine Frage von Netzwerken, Arbeitsort, wenn es verschiedene Standorte gibt, wie zum Beispiel bei der DKJS, die ja auch bundesweit Standorte hat, Funktion, Einstufung, vielleicht auch nochmal Rollen, und dann hier unten noch sowas wie Gewerkschaftszugehörigkeit, Parteizugehörigkeit und hier war es aus dem Organisations- und Unternehmenskontext und Management-Status. Das sind alles Punkte, die uns unterscheiden und wenn ihr euch verorten würdet, irgendwo dann natürlich auch ausführen könnt, wie ihr euch da jeweils positioniert oder positioniert werdet, zum Beispiel als Mann, Frau, vielleicht auch Queer, mit Kindern, ohne Kinder, mit einem gewissen Einkommensniveau, mit einem gewissen Stand auch in der Organisation. Wir haben jetzt eine Aufgabe und ich gebe euch eine Aufgabe, das ist Teil dieser Übung, und zwar heißt die Aufgabe, bitte malt einen Hund. Und es ist egal, wie der Hund aussieht, es geht nur darum, ganz intuitiv auf dem Blatt Papier einen Hund zu malen, der kann klein, der kann groß sein, der kann wuschig sein, wie auch immer, aber ganz intuitiv den mal zu zeichnen oder zu malen. Das würde ich euch gerade bitten. Der Punkt ist nämlich die Frage, wer hat den Hund so gemalt? Und wenn ich jetzt richtig in Erinnerung war, jetzt keine Person, der den Hund von oben gemalt hat. Wer hat den Hund von unten gemalt? Mit den Pfoten auch zu sehen. Auch keine von euch. Den Hund von hinten hat auch keine von euch gemalt. Und den Hund von vorne, das warst du, Lukas. Dein Hund war von vorne. Und dann ist die Frage, wer hat den Hund nach rechts schauend gemalt? Ich glaube, da gab es auch welche, mit Kopf nach rechts. Und, genau, und dann mit Kopf nach links. Ja, ja, das, ne? Und ich glaube hier auch, ne? Und die Frage ist nun, ich mache immer Freigabe stoppen. So, kurz, ne? Wie kommt es, dass die Mehrheit hier den Hund von der Seite gemalt hat? Weil das ist ein Erfahrungswert, das sich in jeder Gruppe, in der ich bislang diese Übung mache, einstellt. Und das mache ich nicht nur alleine diese Übung. Ich kenne viele Kolleginnen, die machen diese Übung auch. Und die Erfahrung ist immer die gleiche. Also der Hund wird meistens von der Seite gemalt. Was denkt ihr, woran liegt das? Ich habe den Input, ne? Um das vielleicht nochmal auch auf das Thema zu übertragen, wieso ich das auch mache. Hier ist nochmal ein Beispiel, ne? Also von, von, ne? In großen Gruppen, ne? Und wie sich das auch in Mehrheit auch abbildet, ne? Tatsächlich, wir sehen hier dann noch einen Hund von vorne, ne? Da sind vielleicht von vorne noch viele von der Seite, ne? Das sind jetzt zwei verschiedene Gruppen, die da gemalt haben, ne? So, wie sich da natürlich auch sowas wie Mehrheitsverhältnisse auch nochmal abbilden. Und das ist so, dass vielleicht nochmal sinnbildlich, ne? Wir reden über das Gleiche, einen Hund und sehen aber ganz unterschiedlich und haben eine ganz unterschiedliche, ähm, ja, Darstellung davon, ne? Also hier das, die, die sechs oder die, die neun, ne? Anfänglich davon, wie es halt gedreht ist, aus welcher Perspektive das auch nochmal sich, ähm, darstellt. Und jetzt übertragen auf das Thema Diversity, ähm, geht es darum, nochmal zu erkennen, dass wir mit gewissen Themen, die vielleicht auch mit Diversitätsaspekten zu tun haben, aber es ist Thema, jetzt Rassismus ist, oder eben auch um, ähm, ähm, um gleichgeschlechtliche Lebensweisen, dass wir eine ganz bestimmte Prägung haben, eine Sozialisation und dadurch auch eine gewisse Perspektive, die vielleicht auch eine Mehrheitsperspektive ist. Und dass wir da natürlich aber gewisse andere Perspektiven nicht kennen oder auch, äh, gut genug kennen oder vielleicht auch Projektionen diesbezüglich haben. Und eine Person hat das total gut zusammengefasst, nämlich in Form von, ähm, der Gefahr einer einzigen Geschichte. Und zwar, wenn wir das übertragen auf den Hund, wäre die Gefahr einer einzigen Geschichte, was wäre, wenn wir immer den Hund nur von der Seite malen würden, ne? Und Hunde sind immer nur von der Seite zu sehen, ne? Und was wäre damit verbunden an dem, was wir an Projektionen vielleicht auch Vorurteile hätten? Und, ähm, und die Gefahr, die sich dadurch ergibt, dass wir nicht andere Perspektiven kennenlernen und vielleicht auch da total falsch liegen. Ich würde gerne diesen TED-Talk, der ist, ähm, total super zum Teil jetzt mal einspielen. Das geht insgesamt 20 Minuten und ich würde 10 Minuten einspielen und dann auf der Basis mal mit euch da ins Gespräch gehen wollen und dann noch ein weiteres erläutern in Richtung Mikroaggression und Diskriminierung und Vorurteile, ähm, als Input. Und, ähm, müsste hierzu einmal, sagen wir, stoppen. Und jetzt hier das anders aufmachen, nämlich den TED-Talk. Kennt ihr die jetzt schon? Ja, dann ist das super. Dann passt das voll gut. Ist manchmal in Seminaren, die ich gebe, auch ein Highlight. Na, deswegen, ich schätze den unglaublich, andere auch, ne? Und die Person, die jetzt spricht, das ist, äh, Chimamanda Adichie, das ist eine negerianische Autorin, der hat auch viele Bücher, die ins Deutsch übersetzt worden sind, als auch in vielen anderen Büchern. Und sie spricht über The Danger of a Singer Story, ist auf Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. Und es geht jetzt gleich los. Ich bin ein Storyteller, und ich möchte Ihnen ein paar Personal-Storys über was ich, die Danger der Single-Story. Ich bin auf an einem Universitätscampus in Eastern Nigeria. Meine Mutter sagt, dass ich angefangen an den Jahren zwei, obwohl ich vier, war ist, wahrscheinlich zu der truth. So, ich war ein Early-Reader, und was ich read, waren British und American children's books. Ich war also an Early-Writer. Und wenn ich begann zu schreiben, bei der Age von 7, mit Storys in Pencil, mit Crayon Illustration, das meine poor Mutter war obligiert zu read, ich wrote genau die kinds of Storys ich was reading. All my Characters waren White und Blue-Eyed. They played in the snow, they ate apples, and they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this, despite the fact that I lived in Nigeria, I had never been outside Nigeria. We didn't have snow, we ate mangoes, and we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates I think is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign I had become convinced that books by their very nature had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now things changed when I discovered African books. There weren't many of them available and they weren't quite as easy to find as the foreign books but because of writers like Chinua Achebe and Kamara Lai I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me girls with skin the color of chocolate whose kinky hair could not form pony tails could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now I loved those American and British books I read. They stirred my imagination that opened up new walls for me but the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature. So what the discovery of African writers did for me was this it saved me from having a single story of what books are. I come from a conventional middle class Nigerian family. My father was a professor my mother was an administrator and so we had as was the norm living domestic help who would often come from nearby rural villages. So the year I turned eight we got a new house boy. His name was Fide. The only thing my mother told us about him was that his family was very poor. My mother sent yams and rice and old clothes to his family. And when I didn't finish my dinner my mother would say finish your food don't you so I felt enormous pity for Fide's family. Then one Saturday we went to his village to visit and his mother showed us a beautifully patterned basket made of dyed raffia that his brother had made. I was startled. It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something. All I had heard about them was how poor they were so that it had become impossible for me to see them as anything else but poor. Their poverty was my single story of them. Years later I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States. I was 19. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. She assumed that I did not know how to use a stove. What struck me was this. She had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me as an African was a kind of patronizing well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa. A single story of catastrophe. In this single story there was no possibility of Africans being similar to her in any way. No possibility of feelings more complex than pity. No possibility of a connection as human equals. I must say that before I went to the US I didn't consciously identify as African. But in the US whenever Africa came up people turned to me never mind that I knew nothing about places like Namibia. But I did come to embrace this new identity and in many ways I think of myself now as African although I still get quite irritable when Africa is referred to as a country the most recent example being my otherwise wonderful flight from Lagos two days ago in which there was an announcement on the Virgin flight about their charity walk in India Africa and other countries so after I had spent some years in the US as an African I began to understand my roommate's response to me if I had not grown up in Nigeria and if all I knew about Africa were from popular images I too would think that Africa was a place of beautiful landscapes beautiful animals and incomprehensible people fighting senseless wars dying of and AIDS unable to speak for themselves and waiting to be saved by a kind white foreigner I would see Africans in the same way that I as a child had seen Fide's family This single story of Africa ultimately comes I think from Western literature Now here's a quote from the writing of a London merchant called John Locke who sailed to West Africa in 1561 and kept a fascinating account of his voyage After referring to the black Africans as beasts who have no houses he writes they are also people without heads having their mouths and eyes in their breasts Now I've laughed every time I've read this and one must admire the imagination of John Locke But what is important about his writing is that it represents the beginning of a tradition of telling African stories in the West A tradition of Sub-Saharan Africa as a place of negatives of difference of darkness of people who in the words of the wonderful poet Rudyard Kipling are half devil half child And so I began to realize that my American roommate must have throughout her life seen and heard different versions of this single story As had a professor who once told me that my novel was not authentically African Now I was quite willing to contend that there were a number of things wrong with the novel that it had failed in a number of places but I had not quite imagined that it had failed at achieving something called African authenticity In fact I did not know what African authenticity was The professor told me that my characters were too much like him an educated and middle class man My characters drove cars They were not starving Therefore they were not authentically African But I must quickly add that I too am just as guilty on the question of the single story A few years ago I visited Mexico from the US The political climate in the US at the time was there were debates going on about immigration and as often happens in America immigration became synonymous with Mexicans There were endless stories of Mexicans as people who were fleecing the healthcare system sneaking across the border being arrested at the border that sort of thing I remember walking around on my first day in Guadalajara watching the people going to walk rolling up to tears in the marketplace smoking laughing I remember first feeling slight surprise and then I was overwhelmed with shame I realized that I had been so immersed in the media coverage of Mexicans that they had become one thing in my mind the abject immigrant I had bought into the single story of Mexicans and I could not have been more ashamed of myself so that is how to create a single story show a people as one thing as only one thing over and over again and that is what they become it is impossible to talk about the single story without talking about power there is a word an Igbo word that I think about whenever I think about the power structures of the world and it is Nkale it's a noun that loosely translates to be greater than another like our economic and political walls stories too are defined by the principle of Nkale how they are told who tells them when they are told how many stories are told are really dependent on power power is the ability not just to tell the story of another person but to make it the definitive story of that person the Palestinian poet Murid Baguti writes that if you want to dispossess a people the simplest way to do it is to tell their story and to start with secondly start the story with the arrows of the Native Americans and not with the arrival of the British and you have an entirely different story start the story with the failure of the African state and not with the colonial creation of the African state and you have an entirely different story I recently spoke at a university where a student Das war jetzt 10,5 Minuten von der halbe Vortrag und der Link ist auf jeden Fall in der PowerPoint enthalten und könnt das auch gerne an anderen Stelle zu Ende schauen es empfiehlt sich das auch weiter zu schauen Denn wenn wir über die einzige Geschichte sprechen dann sprechen wir über Projektionen und wir sprechen über Vorurteile und Vorurteile haben Funktionen Wir alle haben Vorteile und neigen dazu aufgrund von dem was wir gelernt haben was wir sehen was wir immer wieder auch eingetrichtert bekommen ganz bestimmte Vorurteile über andere und vielleicht Migrations andere Geflüchtete über Schulen lesbe queere Menschen auch nochmal zu hegen und das hat einen gewissen Sinn Haftigkeit und es geht einerseits um Reduktion von Unsicherheit dass es darum geht Orientierung zu haben Klarheit angesichts von Komplexität Gewalt ist immer komplexer und Ausblenden von Widersprüchen und Sachen die sich widersprechen auch im Rahmen von Vorurteilen da gab es auch nur so diesen Blick dass ein wobei ich sage ich vielleicht an anderer Stelle es geht auch um Herstellung klare Zugleich die Definition der Anderen und das Selbst von ihr seid die und wir sind die und veranheitlich eigenen soziale Eintrittskarte also irgendwo dazu zu gehören und sich identifizieren zu können und Teil einer Gruppe zu sein wir sind die Deutschen und in dem Satz meistens gewisse andere Deutsche Migrations Deutsche Asiatisch Deutsche Schwarze Deutsche aber nicht gemeint sind was sich auch historisch gezeigt hat anhand von dem Mauerfall wo das nochmal aufgelebt worden ist und mittlerweile sich das aber auch nochmal verschiebt auch nicht zuletzt durch die WM im Jahr 2006 in Deutschland wo nochmal ein ganz anderes anerkennendes gewesen ist von Migrationsgesellschaften dadurch dass die Nationalmannschaft die Herren Nationalmannschaft diverser gewesen ist mit verschiedenen Personen ob es angefangen mit Podolski oder Klose die so Polnisch Bezüge haben zu anderen Spielern das nochmal ganz anders aufgebrochen worden ist dieses wir Deutsche halt eines positiven Selbstbild Eigenaufwertung die Abwertung anderer sich selbst aufwerten soziale Konstruktion und Mechanismus und verschieben von Aggression auf Fremdgruppen zu sagen ihr seid schuld und wegen euch haben wir jetzt keine Arbeitsplätze ein Gefühl von Stärke und es geht auch das ist wie jetzt auch Chimamanda Ditchi geändert hat es geht auch um Machtverhältnisse ein Erhalt und gleicher Machtverhältnisse zwischen Mehrheiten und Minderheiten und Vorurteile mit Macht ist die kürzeste Formel die ich kenne bezogen auf Rassismus also Prejudice und Power ist gleich Rassismus also wenn du ein gewisses Vorurteil die Macht hast ein Vorurteil dass alle dieses Vorurteil lernen weil du es immer wieder in Schulbüchern erwähnst weil wenn du gewisse was ist von erfahrenen Personen dargestellt werden nur in ganz Stereotypen Rollen dann ist das auch eine Form von Herrschaftsverhältnis und auch von ungleichen Machtverhältnissen oder Legitimation und das lässt sich auch auf andere Diskriminierungsformen auch nochmal transferieren übersetzen Ich mache weiter weil ich habe im Rahmen meiner Doktorarbeit auf ein Kontakt gestoßen was ich total gut finde das nennt sich Mikroaggression das macht nochmal diesen mikroskopischen Blick ein auf die Interaktion in denen es aus ganz subtile Botschaften gesendet werden die vielleicht auch gut gemeint sind aber letztlich nicht gut ankommen oder diskriminierend wirken und sich die Person die es erfährt auch sich diskriminiert fühlt und das finde ich ganz gut an diesem Zitat ich wurde zwar nie öffentlich oder direkt von den Lehrern diskriminiert fühle mich aber doch in vielen Punkten benachteiligt und ich habe oft das Gefühl nicht wirklich willkommen zu sein so sagt sie zum Beispiel direkt am ersten Schultag ganz erstaunt zu mir dass ja fließend die deutsche Sprache spreche also aber dies einem Menschen mit schwarzer Hautfarbe nicht zutraut in Gymnasiastien aus Diskriminierungsbüro und diese Mikro-Kressionen weitere Beispiele also vielleicht bezogen auf Einkommen und noch Fragen von Armut kann auch sowas sein wie wo warst du wo waren sie im Urlaub im Sommer und die ist im Blick von dass alle sich Urlaub leisten können und vielleicht am besten falls auch wegfliegen aber das auf viele Familien gar nicht zutrifft sondern ihren Urlaub dann in Berlin das Prinzenbad im Freibad verbringen oder im lokalen auch dort wo sie wohnen hinbezogen auch auf verschiedene Geschlechts Identitäten bist du ein Junge oder ein Mädchen was dann auch in Form von Mikro-Kression ist im Kontext von Rassismus ist die Frage wo kommst du her und dann die Antwort ist ich komme ganz ursprünglich dein Großvater und dann wird Geburt und Geburt und es geht auch in gewisse Form zu hören von vielleicht der Familie vielleicht weiter außerhalb von Deutschland und das ist auch eine Form von Mikro-Kression gewisse Neugierde aber gleichzeitig auch in der Form der Neugierde auch eine Grenzüberschreitung weil die Person das vielleicht immer wieder hört oder auch sowas wie du bist noch zu jung das kannst du darfst du nicht das geht in Richtung Adultismus an Macht zwischen Erwachsenen und Kindern Erwachsenen die sagen dass du etwas kannst und nicht zutraust und damit auch noch mal Macht ausübst hier nochmal eine Kolumnistin die heißt Meliki dann fahrt es auch Muselmane oder wenn abhauen musst helfe ich dir das war eine Grundschulerfahrung oder eine Schulerfahrung die sie hatte tatsächlich stammt von das muslimische familien oder vielleicht Väter auch gewalttätig sind und Zwänge ausüben dass es zwänge auch nochmal gibt gegenüber mädchen frauen und das nur eine geschichte kennt aber sowas wie für mädchen kannst du aber gut fußball spielen gerade auch bezogen auf geschlechter bilder nikko gesungen das ist ein zitat von vanessa wu eine journalistin zeitschrift für die zeit und hat einen podcast rise and shine sehr empfehlenswert hat auch den zivispreis letztes jahr bekommen für einen beitrag zu hamburg 1980 den ersten rassistischen mord in der bundesrepublik deutschland oder aufgrund eines anschlags eines neonazi trios zwei männer eine frau die durchs lang gestreift sind und die sagt zur mikrokrasion man kann sich das wie nadelstiche vorstellen ein kickser verletzt kaum aber alle paar tage stochen zu werden macht die haut wund es geht um die kontinuierliche und systematische erfahrung von solchen mikrokrasionen die eine wirkung haben auf die betreffende personen und dass personen sich wie der gymnasium nicht bekommen fühlen oder sich ausgegrenzt fühlen und schon wo es nicht so vielleicht negativ und schimpfwörter sind oder beleidigung sich dennoch in der form von diskriminierung einstellt das definition mikrokrasion sind verletzende hauptwürdige neuer oder werball schafft die marginalisierte gruppen im berufs alltag erfahren bildlich betrachtet die mikrokrasion die wiederhol kleinen großen subtilen offensichtlich erlebt sticht und seit liebe welches erleben die verletzten beeinträchtigen somit menschen im alltag das konzipiert maßgeblich auf die arbeit des psychologen der ring zu zurück bezogen auf geschlecht und auf sexualität und auf rassismus geforscht und auch die wirkung erforscht die darin liegen dass personen gerade im kontext schule zum beispiel die lernmotivation verlieren dass sie das vertrauen an pädagogisch verantwort ich ja noch mal verlieren dass sie misstrauen ausbilden dass sie auch müde werden dass sie erschöpft sind sich immer wieder solche erfahrungen zu machen und sich herausziehen als drinbleiben ob innerlich auch äußerlich mit dem körper sich dann wegbegeben ich habe im rahmen meiner doktorarbeit auch jugendliche auf color also rassisten erfahrene nicht gefragt und einer hat in der phase in der er sehr massiv erlebt hat hat sich rausgezogen in der schule hat durch viel abstinenz auch geklänzt weil es nicht ausbehalten hat diskriminierung das dritte punkt nach vorteilen mikroagression auch über alltags diskriminierung das sind verholen das ist gewalt ausgrenzungserfahrungen nicht teile gruppe zu sein beleidigung nicht wahrnehmung nicht ernst genommen zu werden witze beschimpfung aber auch belästigung die stattfinden kann hinzu vielleicht auch mobbing die auch eine qualität hat von diskriminierung weil es dann aufgrund von alter passiert oder vielleicht auch aufgrund von familienverhältnissen weil das kind aus einer bäschwert familie kommt und zwei mütter hat dafür ganz verschiedene erfahrungen da liegen auf neid eisachsebene da gibt es eine strukturelle ebene in form von personalpolitik bis heute gibt es ein wenig vertreten von frauen im hochschulbereich auf den direktorien stellen das sind da gab es eine studie vor letztes jahr und die haben das festgestellt der leitungsfunktion von hochschulen sind das aktuell 20 prozent was 80 prozent männer und natürlich auch weiße männer die diese stelle bekleiden hinzu arbeitsmarkt wer kommt in welche bereiche rein gesetzgebung gerade auch gesetzgebung gegenüber geflüchteten menschen die auch in sehr nicht menschenwürdigen verhältnissen leben müssen in gewissen einrichtungen strichstrich auch von aktivistinnen lager genannt hinzu gesundheitssystem zugang zu ressourcen gesundheitsschule bildung auch darstück der diskriminierung da gab es auch verschiedene studien von na auch pisa hinzu weiteren auch erhebungen die gemacht worden sind und den generalsekretär für bildung monios 2008 der dargelegt hat dass es eine undurchlässigkeit gibt im bildungsbereich für menschen mit behinderung und menschen aus mit gewisser sozialer herkunft und geringen einkommen vielleicht auch gesagt und menschen mit migrationsgeschichte dienstleistung auch polizei stichwort ratio profiling auch gegebenheiten die es ja auch hier gibt und auch verordnung medien die frage wer ist wie repräsentiert wer ist in welchen rollen auch versehen wichtig nochmal fürs wissen es gibt das agg das allgemeine gleichbesetzt das eben nomadiskriminierung verbietet im privatrechten bereich und zwar bezieht sich dieses gesetz auf ethnische herkunft geschlecht religion weltanschauung behinderung alter sexual identität und hat verschiedene geltungsbereiche einmal den arbeitsbereich also wenn ihr die erfahrungen macht aufgrund einer dieser merkmale so wird es genannt oder dimensionen diskriminiert zu werden könnt ihr auf der grundlage aggs klagen und es gibt aber auch für den kontext schule wobei es da nochmal landesspezifische regelung gibt das ist das bundesland berlin herausragend weil es jetzt ein eines bundesgesetzes gibt das eben auch für die schule geregelt ist und das ist in anderen bundesländern noch nicht so und es gilt auch für dienstleistung also die erfahrung im supermarkt oder beim zugang zu versicherungsabschließen oder weiteres oder auch den wohnungsmarkt ich sage das noch dass man letzte folie bevor wir eine pausen machen es gibt vier definition von diskriminierung das ist da gut weil der begriff der diskriminierung sehr inflationär verwendet worden ist nachdem das AGG verabschiedet worden 2006 interessanterweise war deutschland eines der letzten länder die das auch verabschiedet haben und umgesetzt haben und es gibt eine unterscheidung zwischen unmittelbarer diskriminierung wenn eine Person wegen eines der Artikel 1 genannten Gründe in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt als eine andere Person erfährt erfahren hat oder erfahren würde das wäre zum Beispiel zwei Personen bewerben sich auf eine Wohnung und die eine wird nicht genommen aufgrund ihres Alters weil sie schon über 70 Jahre alt ist und dann die andere aufgrund von jüngerem Alter genommen wird das wäre eine direkte Form von Diskriminierung oder was ich auch gut kenne auch in meinen Studienzeiten meine erste Wohnungssuche anzurufen und dann Auskunft zu bekommen wir nehmen keine Person mit Ausländern oder mit ausländischen was dann mit Rassismus zu tun hat mittelbare Diskriminierung wenn im Anschein nach neutrale Vorschriften Kriterien und Verfahren Personen mit einem bestimmten Merkmal gegenüber anderen Personen besondererweise benachteiligen können das ist ein bisschen trickiger das ist auch eine Form von indirekter Diskriminierung und also auch insiduelle Diskriminierung mein Beispiel was ich da gerne nenne ist zum Beispiel wenn in ein Einrichtung oder ein Unternehmen die jenigen die auf Teilzeit arbeiten keine Gratifikation bekommen wie Weihnachtsgeld oder vielleicht mehr Urlaubstage oder sonstige Sachen die nochmal gut sind und aber sich dann herausstellt dass diejenigen auf Teilzeit arbeiten aufgrund von Vereinbarkeit von Beruf Familie mehrheitlich oder fast ausschließlich Frauen sind dann ist das eine scheinbar neutrale Regelung die aber letztlich sich diskriminierend auswirkt für Frauen und das wäre in der Form von mittelbar diskriminierung belästigung beleidigung niedrigung anfeindigung und auch sexuelle belästigung die nach awg auch angegangen werden kann und anweisung zur diskriminierung anweisung diskriminierung ist dass die diskothek in der der türsteher gewisse personen nicht reinlässt männliche arabische türkischstämmige jugendliche was glaube ich häufig passiert gerade in Großstädten und diese Anweisung aber von den Geschäftsführerinnen kommt und die Geschäftsführerin wäre auch haftbar für die Diskriminierung nicht nur der Türsteher oder das Türsteher im Personal das hier ist ein Bild auch aus diesem Buch Buch macht wurde was Normalitäten zeigt das nennt sich trauriges Toiletten Tabu weil die Person die im Rollstuhl ist eine Trans Person und vielleicht auch ein Trans Mann im Rollstuhl sich fragt worin gehe ich jetzt tatsächlich in die sogenannte Behinderten Toilette in die Männer Toilette in die Frau Toilette und das nicht so immer so eindeutig ist weil verschiedene Zugehörigkeiten haben und ein Anteil verloren geht oder nicht berücksichtigt wird in Dementsprechend gibt es auch sowas wie Mehrfachdiskriminierung das habe ich vorhin auch nicht gezeigt und zwar wenn wir verschiedene Positionierungen verbinden wir haben nicht nur eine Herkunft Hautfarbe Körper aber mit bestimmten Befähigung Beeinträchtigung Identität sondern auch viel mehr als das und das mitstellen der Begriff im wissenschaftlichen heißt Intersektionalität ist ein bisschen sperrig wir können auch von Mehrfachzugehörigkeit und Mehrfachdiskriminierung als eine Form von Diskriminierung sprechen in dem Fall ist es eine Einrichtung die sich nochmal an an queere und trans Personen wendet Lesbikras und besonders auch die Personen die Rassismuserfahrungen machen die schwarz positioniert sind oder Personen of Color ok das haben wir gerade gemacht immer eine Runde mit Erfahrungen mit Vorurteilen Diskriminierung und jetzt noch ein paar Folien zu Handlungsperspektiven was wir machen können ist an uns selbst nochmal arbeiten wir können nicht die anderen verändern sondern den kritischen Blick auf uns selbst richten und unsere Haltung unsere pädagogische oder unsere Arbeitshaltung dementsprechend nochmal ausrichten und was immer ganz wichtig ist im Kontext von Diskriminierung und Diversität ist die eigene Positionierung ich positioniere mich als weiß als Person of Color akademisch aus einer Arbeiterfamilie kommen mit gewissen Beeinträchtigungen oder auch nicht gewisses Alter oder auch eine Religionszugehörigkeit das eine Rolle spielt in dem mit wem ich spreche tatsächlich und was du vorhin geteilt hast Julia auch eine Rolle spielt als Frau oder vielleicht auch als weiße Frau gegenüber weißen Männern welchen Blick du dann am hast oder welchen Erfahrungswerte und was bedeutet wenn das dann nicht passiert und unsere Positionierung in jeder Interaktion eine Rolle spielen wie wir gelesen werden wie wahrgenommen werden woraus wir auch sprechen dann geht es um eigene Voraunahmen Vorurteile und Projektionen die natürlich auch hinderlich sein können im Sinne von der Gefahr einer einzigen Geschichte geht es um eigene Prägung und Sozialisation das war nochmal sehr deutlich anhand dieses Mal ein Hund was bringen wir alles schon an Gepäck mit und was macht das für die Interaktion und wo behindert das Interaktion wo beflügelt erst diese auch dann geht es auch um Wissen und Nichtwissen über Diskriminierung und Rassismus in der Gesellschaft in Einrichtungen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und sich rein versetzen können in die Lebenswelten von Personen die eben im Alltag immer wieder Alltags- oder Struktural Diskriminierung erleben sei es jetzt in den jeweiligen Jugend- oder Sportvereinen oder Jugendclubs hin zu Schulen oder auch weiteren Einrichtungen die bestehen und da ist es gut auch ein erweitertes Wissen zu haben über Diskriminierungsformen oder auch Rassismus und das eigene Nichtwissen zu reflektieren dann kann aber auch total hilfreich sein die eigenen Fertigkeiten und Stärken im Hinblick auf Verständnis offener Perspektivwechsel das sind wichtige Qualitäten im Rahmen von Diversitätsbewusstsein zu entwickeln das sind so Punkte wie Empathie Geduld vielleicht auch mutig sein zu intervenieren einzuschreiten bei Diskriminierung vielleicht auch andere Sachen die da helfen um Personen die Diskriminierungserfahrung zu machen überhaupt zu erreichen oder auch zu unterstützen das ist ein sehr begründetes Zitat von Pat Parker einer afrodeutschen Lyrikerin und das im Englischen heißt das erste was du tun musst wenn du mein Freund als white person also ich hab's jetzt mal ergänzt das fängt so an wenn du mein Freund als white person ist forget that I'm black und das zweite was du tun musst ist vergessen dass ich schwarz bin das zweite was du tun musst ist niemals vergessen dass ich schwarz bin und das damit meint es gibt keine Pauschallösung und es gibt sowas wie eine Differenzierung und das nennt sich dann auch das Differenzdilemma dass wenn du etwas betonst oder nochmal auch mehr betonst dann hebst du es auch hervor und wenn du es aber ignorierst dann lässt du es aus und irgendwo da eine gute Mitte zu finden in dem das sowohl gesehen als auch nicht zu überbetont wird das wäre vielleicht die Botschaft darin und ein gutes Maß zu haben mit Personen die jetzt vielleicht auch Rassismus erleben nicht gleich zu denken was kann ich tun und wie schlimm ist das sondern vielleicht zu schauen wie komme ich da überhaupt erstmal in einen Kontakt und da vielleicht auch eine gute Frage ist die ich auch in verschiedenen Fortbildungen auch immer wieder betone auch Verständnis zu haben wenn Personen sich da erstmal auch nicht öffnen das auch anzunehmen anzunehmen und anzunehmen dass es vielleicht auch Misstrauensverhältnisse gibt gegenüber gerade vielleicht auch weißen Personen aufgrund von Rassismuserfahrungen und das ist auch eine gute Frage zu fragen passt das für dich dass ich dich zu diesem Thema Rassismus eine Frage stelle oder zu dem Thema Diskriminierung eine Frage stelle und überhaupt erstmal einen Schritt davor setzen bevor der Schritt drin ist für Einrichtungen ist die Frage welche strukturellen Barrieren gibt es und wie können sie abgebaut werden und Barrieren kommt ja aus dieser Inklusionsperspektive und Inklusionsperspektive meint dass nicht die Menschen das ist so auch in der UN-Konvention für Menschenbehandlung festgehalten und das ist auch total revolutionär würde ich auch sagen oder so total wichtig dass Menschen nicht behindert sind sondern behindert werden durch geschäftschaftliche Einrichtungen Strukturen dadurch dass es dann eben für Gehörlose keine Gebärdendolmetscher gibt bei Veranstaltungen dass es für Rollstuhlfahrerinnen nicht die Rampe gibt einen gewissen öffentlichen Verkehr hin zu vielleicht auch einer Übersetzung in Herkunftssprachen dass auch das sind Barrieren die bestehen oder auch Verständnis für Lebenssituationen die von Diskriminierung und von Marginalisierung geprägt sind und die Frage ist wie können diese abgebaut werden wie kann eine Einrichtung und auch Vereine oder auch weitere Einrichtungen diese Barrieren verringern das ist eine ganz entscheidende Frage auf einer Handlungsebene ich beobachte es mehr und mehr dass hier immer mehr Veranstaltungen auch gleichzeitig mitdenken dass auch dann Dolmetscherin gibt für Gehörlose also Gebärdensprache angeboten wird tatsächlich und da auch gerade Entwicklungen sind barrierearmer zu agieren nicht in der Hensicht sondern auch in anderen Dimensionen auch gerade mit Elternarbeit kenne ich das auch total gut dass viele also auch gerade in Kitas machen das auch gehäuft auch solche Briefe auch in verschiedenen Sprachen nochmal übersetzen und dann auch Veranstaltungen auch Dolmetscherinnen jeweiligen Sprachen die vielleicht auch mehr vertreten sind auch vertreten sind das baut vieles ab hin zu guten Fragen stellen nochmal Beispiel für geflüchtete Menschen um das vielleicht mal aufzumachen mit welcher schwierigen teilweise auch prekären Situationen auch Geflüchtete auch nochmal erleben im Ankommensprozess in Deutschland ich fange mal oben rechts an und Sicherheit über das Schicksal von Verwandten und freien Freunden in der Heimat Entwertung der schulischen beruflichen Ausbildung Nicht-Angekennung und Abschlüsse Angst vor Rückführung Angst vor rassistischen Übergriffen Diskriminierung im Alltag Einkauf Wohnungsruhe kein Wahlrecht kein Recht auf politische Betätigung Verluste Alten Beziehung sozialen Bindung weiter politische Verfolgung möglicherweise auch in den jeweiligen Ankommensländern kein eigenfinanzielles Mittel Isolation Spannung in den Sammlagern Sprachschwierigkeiten klimatische und kulturelle Eingewöhnungsprobleme und unsichere langwierige Asyl Anerkennungsverfahren die alle eine Rolle spielen für wo sie sich auch immer bewegen und wo sie teilhaben wollen in der Gesellschaft meistens erstmal Wohnungsmarkt Arbeitsmarkt Schule Schule Eingewöhnung Untertitelung des ZDF, 2020